Ich bin Philipp Egli, 1948 geboren, in Basel. Ich bin glücklich verheiratet. Wir haben einen Sohn. Nach meiner Schulzeit habe ich eine Kochlehre gemacht, habe nach der Hotelfachschule besucht, habe dann gewechselt in den Verkauf, habe berufsbegleitende eidgenössisch diplomierte Handelsreisende gemacht, Verkaufsleiter. Im Militär war ich ein gut gelobter Küchenchef. Nach meiner ganzen beruflichen Karriere im Verkauf habe ich den Detailhandel, die Hotellerie betreut, habe Gesamtlösungen verkauft, die Warenwirtschaft bis runter zu der Kasse, bin ich dann ins Filmgeschäft eingestiegen, respektive Filmgeschäft übertrieben jetzt, als Darsteller-Stadist und habe an verschiedenen Sachen mitmachen können. Gestartet habe ich mit Wolkenbruch, Zwingli, Bruno Manser. Wenn Sie aber mehr wissen wollen, schauen Sie doch auf meiner Homepage www.darsteller-stadist.ch. Blieben Sie gesund und einen schönen Tag! Danke! Vielen Dank! Vielen Dank!